hey leute willkommen zu der neuen runde hier bei der german youtube league und endlich wieder mit stimmen mit dem blut und ja ich mieter tier 2 heute und dann einfach so ich fühle mich so wie in allen meinen spiel tagen gebrückt ja ja das ist mir auch passiert ich habe letztes spiel hat gewonnen aber es ist bisher immer gewesen dass mich in der zweiten runde vor allem gebrückt bin dann gucken wir mal ich bin ein meiner lieblings themenmischung für meine zuschauer ich mag die beiden kombinationen gucken ob du es überhaupt siehst wir spielen gegen schwarz bügel sehr interessant beste defensive die ich aufgebaut habe bekannte schwelle bitte oh shit oh shit hat voll minus gemacht hast du dich hast mich jetzt das wäre jetzt echt scheiße noch mal bitte nicht natürlich was glaubst ich war ganz höflich na bitte nein ganz lieb und nett habe ich darum gebeten jetzt nicht zu werden alles wegen sie ist mir jetzt allerdings punkt ab und setzt du katz sie ein dann genau so mach ich das genau so wird das gemacht die musik ist zu drama zu traurig bei mir sieht man kurz ein black screen weil ich meine musik auswählen muss oder ich lasse es mit der musik später das monster hier eigentlich richtig gut hamata der staub du staubig bist du doch gar nicht hörst du noch einen schlechten spruch machst du hörst dir ich schneide dich einfach raus ja komm aktiviert das strike du weißt schon dass das nicht funktioniert ach fuck ja ich vergesse das bei wilds der kann ja nicht der kann ja nicht zerstört werden lol naja ich habe gar kein fünfer drin passiv geht klar hätte es beim ersten schwarze flügel einsetzen sollen ja ich wollte halt wie jetzt raushauen sieht man auch so selten aktuellen meter ja weil so gut wie alles verbannt und nicht target hit wow es tut mir mehr weh als dir und das ist gelogen ja sorry ne also ich weiß wie sich das echt anfühlt zu bricken das ist nicht schön ja komm dann zeige ich dir das andere die themenhälfte lol amofa amofasche lol das ist so cool das habe ich noch nie gesehen um ehrlich zu sein ich weiß nicht ob ich überhaupt angreifen will weiß ich gar nicht aber willst bei seinen eigenen wenn du kommst schon durch einen angreifen nein nein er muss beteiligt sein damit ich die nicht op aber seitdem ist kassel gibt nicht mehr hier da du mich streiken kannst das ist eine gute kombi habe ich nämlich auch in meinem deck drin dass mich nicht so leicht streiken kannst theoretisch habe ich schon gesagt hätte besser laufen können das ist aber nicht das stimmt ja passiert halt macht ihr kein kopf drum ich bin einfach nur keine was kannst du denn ach du hast schaden drücken ach scheiß drauf ich musste den striken weil ich hätte es übrigens auf links gemacht auf blizzard wieso auf blizzard ja stimmt ja ja die habe ich ja schon angekündigt gehabt pardon okay okay ich habe verstanden spielen nee dann mache ich jetzt ein style move zählen lasst digga das ist zu op zu broken geizt wäre es natürlich wenn du die hülle geholt hättest naja bist du nicht so und du bist gleich digga du hättest unbedingt diesen dings holen müssen dieses ja die vulkanische hülle hallo dass das zu broken gewesen ist da wäre ich aber nicht durchgekommen ich habe auch nicht mit deinem deck gerechnet damit habe ich ja gehofft um ehrlich zu sein noch mal mit meinem jetzt nicht so rechnet nein dich möchte ich gerne obwohl bin ich dich drin dann komm tue ich dich raus okay und dann schon mal anfangen und da sind wir auch schon wieder ja ich werde das sein drin lassen ja ich auch du hast ja gesagt das gleich deswegen habe ich gedacht dass du das seiten raus tust würde gerne das machen schon wie ein junge du tust mir voll leid okay gut da kann ich mal nichts dann gucken wir mal dann gucken wir mal dann lass sie mal sehen lass sie mal sehen ich brauch die ganzen neuen schwarzflügel ok du kannst stufen reduzieren und erhöhen ok ist gut ähm weiter erhöhen und nee da will ich das ja so ein cooler empfänger wenn ich darüber nachdenke wenn das eine stufe erhöhen kann was ok Hi 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 Junge Einfach so Out of nowhere YOLO Und Du Con Fänger Wow Was ist das denn? Ja ich möchte den Effekt aktivieren Aromacook, da komme ich nicht rüber Hätte ich gesagt LOL da lag echt in einem Aromacook Ja Ich glaube habe ich Ne ich habe nicht verloren Ne, ne noch nicht Lebe ich ja noch mit 1400 So viel, dass ich keinen Strike aktivieren kann Boah Stimmt ja Und auch keine Warning Ja gut, Warning beinhaltet theoretisch Dass ich auch keinen, wenn ich keinen Strike aktiviere Ich will, um ehrlich zu sein, finde ich Strike besser Korre jetzt Ah ja geht ja, ich muss ja von hier kommen Ne Damage Zum Beispiel bei meinem Test spielen gegen Desert Das kann ich mir mal erzählen Da habe ich ja nicht einmal geblickt Mit dem Deck Aber Lassen wir mal so stehen Sorry Ja, Safety first, ne? Hätte ja sowieso nicht aktiv werden können Lass mich raten Aromacook Wenn Natürlich Ich habe nichts gezogen Dass ich irgendwas anders machen kann Aber zumindest kann ich den Strike jetzt aktivieren während der Endfest Ja, das stimmt sogar Und das ist nicht gut Raikiri Der Regenschauer Der Regenschauer Ne, ich glaube ich werde verlieren Ich bin Don't be negative Be positive Nee Hallo Nein, nicht ihn Bist du des Wahnsinns? Ja Ja Ja, mach Okay Ich muss den zerstören Weil sonst kannst du den Effekt von der Monster aktivieren Was schicke ich dir auf die Hand? Nimm mich die Backward Konntest du auch Monster werden? Nein Zauber und Fallen Karten Boah, hättest du natürlich gewusst, welches du nimmst Wenn das hier Dann wäre dann Ja, aber ich habe jetzt verloren, oder? Ja, ich habe verloren GG Ja, aber GG, ne? Ja Ich hasse deshalb dafür Der hat sogar mir gewünscht, dass ich Brücke Warum? Was hat denn? Einfach weil ich ihn abgezogen habe mit dem Deck Komm, beende es einfach Warte, ich will es ja, warte Kannst du auch deine ganzen Züge machen Kann ich zumindest sagen, hättest du im letzten Jahr zumindest eine Scheiße Einfach ein Blutbeschleuniger gehabt Ja, das wäre scheiße gewesen In dem Welser allein komme ich durch Aber wenn du mein Arm zerstörst Das geht dann nicht Dann bin ich die Pri GG Ja, GG Wer gehen willst du besicht? Äh Äh Du bist ja nicht genügend Lebenspunkt damit Mit 200 Ah, dann kommen Den Leo hast du dir so verdient gemacht Ja, Leo, komm zur Trampeling Jetzt kommt einfach der Battlefader Ja, ich bin einfach verarscht Yo Leute Das war's Dank ein Glut War ein richtig cooles Duell Ja Schade Ich weiß, wie du dich fühlst mit dem Bricken Ich will es in den ersten drei Spielen Bis das erste drei Spielen nur passiert Aber egal Ich wünsche dir trotzdem noch einen schönen Tag Ja, dir auch Und Danke fürs Zuschauen Besucht sein Ja, vor allem mit denen Schaut in der Videobeschreibung vorbei Da könnte ein Swapol vielleicht bestehen Diese Woche Je nachdem Ja, ich glaube morgen Nächste Woche bin ich mir gegen Chiroc IP dran Bleibt ihr auch dran Schreibt unter Creepfans Ich gehe ihm deshalb Wünscht mir Glück Dass ich ihn so fliegt wie fertig mache Ich wünsche dir viel Glück Und vor allem Schreibt unter Creepfans Video Get the Snickers Das ist das Wichtigste Ja, das ist wichtig Und schreibt vor allem Wotan gleich besser als Silver unter seinen Videos Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen Und auf Wiedersehen Ciao